So, weiter geht's mit den Questen, ja. Okay, okay, okay. Wir werden in den Rucksack noch, Titel, okay, haben wir schon gemacht mit dem Titel. So, weiter geht's hier, da ist noch eine Quest für uns. Ach, das ist keine Quest, das sind die Formulare. Braucht die Formulare. Oh, keiner hat überlebt, Seuf, Seuf, Heul, Flucht. Oh, das ist ein Go, dear Mensch. Braucht das Formulare. Danke. Äh, kommen wir hinten irgendwie durch? Geht das? Lol, wir kommen hier durch, das ist übelst selten, ja. So spielen möchte, dass du durch solche Ecken kommst. Oh, der ist ja auch voll cute. Oh, ich möchte auch einen Drachen. Jetzt würde es die ganze Zeit gehen, bis wir einen Drachen haben. Ich sehe aber irgendwie, da vorne ist noch ein Beamter. Hier ist aber noch eine Quest. Hallo? Cheers. Hallo, Aratenja. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin Mitglied einer Organisation namens Wanderer. Wir möchten euch helfen, schneller von A nach B zu kommen. Und dafür bieten wir einen Dienst namens Aus-Ortswechsel an. Um diesen Skill zu erlernen, solltet ihr euch registrieren. Begebt euch hierfür zum Teleportmeister hier im Heldenhof. Er steht nach dem Briefkasten da. Na, in dem Briefkasten, okay. Eisedienst. Oh, seid ihr, Aratenja? Ihr wollt euch für den Ortswechseldienst registrieren? Dann bestätigt dies, indem ihr diese Quest beendet. Wortzentrum, Anleitung, Ortswechselpunkt. Oh, ist hier wirklich ein Ortswechselpunkt? Ja. Nach der Registrierung könnt ihr gratis euren Ortswechsel-Skill hierher zurückkehren, wenn euch dieser Punkt als Ziel für die Ortswechsel nicht mehr gefällt. Könnt ihr bei jedem anderen Teil? Transportmeister, einen neuen Punkt. Okay, okay. Kenne ich ähnlich aus einem anderen Spiel. So, fest abgeschlossen, würde ich sagen. Das ging schnell. Jetzt sind wir aber da vorne. Ist noch ein Beamter. Mir fehlt dann aber noch einer. Die Frage ist, wo ist der? Oh, das ist eine Beamte. Ich brauche Formulare. Ja, ist es. Und? Da hinten ist noch einer. Oh, ein Lila-Drache. Oh, bist du schön. Ein Lila-Drache. Ich weiß nicht, warum ich feiere Drachen einfach übelst. Wenn man einen neuen Skill erlernt und das da rückt-Teleport-Skill. Und da rennt ein Häkchen durch das Dorf. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Die Karte ist etwas, ja, gewöhnungsbedürftig. Von der Textur her, finde ich. Aber wir brauchen ja die Karte, um uns zu orientieren. Und nicht, um uns Berge anzusehen. Oder Zähler. So. Dann wollen wir mal das letzte Formular da holen. Wieder bei einer süßen Beamtin. Ne, komm hier. Als ihr bewusstlos wurdet, habt ihr in diesem Raum gelegen. Erinnert ihr euch? Wir sind hier weit vom Dorfeingang entfernt. Deshalb sind die Verluste hier geringer. Okay. Okay. Nein, ich werde meine Verteidigung niemals down lassen. Begebt euch zum Fuß. Das ist östlich von Helmhoff. Östlich? Da. Da steht sogar Ziel dran. Oh, was denn hier? Kannst du bestimmt Alchemie oder so erlernen. Das sieht so interessant aus, ey. Und ihr habt auch ein kleines Haus, Drachen. Was? Der Typ hat sich gerade teleportiert. Uh, wir sind schon Level 6. Uh, das geht aber schnell hier. So, wir gehen jetzt unten mal ein paar Mops kloppen, ne? Wir sind auf dem richtigen Weg. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne. Oh, Drachen. Da hieß gerade einer Windpupser. Warum nicht? Ich möchte kurz auf meinen Meisterschaftspunkt und meinen als Rebootpunkt, so. Große Sense-Meisterschaft. Oh ja, immer doch. Ich liebe Sensen. Immer doof da. Ich hab noch einen Punkt. Ich bin immer noch einer auf den Sensenmeister. Ich glaube, ich verskill mich sowieso gerade fünfmal. Ähm. Charisma haben wir ordentlich. Kloppen wir noch ein bisschen Intelligenz rein. Und Konstitution. So. Da ist ein Zombie. Hallo? Ich wollte gerade rausgehen. Ah! Stirb endlich. Hallo? Das Problem ist, es ist genau an der Grenze zum Storaf und den Duft darfst du nicht zaubern. So. Was haben wir denn hier jetzt noch? Sense-Meister. Drachen-Zauber-Siegel. Das nehmen wir mit. So. Wir sollen nach Osten. Hier rennen Zombies rum. Ah! Stirb, Zombie. Da kommt noch einer. Okay. Okay. Ich muss ihn noch an die festen Belegungen gewöhnen. Und den Drachenruf haben wir jetzt schon auf der geskillt. Okay. Okay. Langsam komme ich so dahinter. Wisslicher Angriff ist nicht erlaubt. Was? Hier rennen Drachen rum. Wie will ich? Und hier steht was Flens... Oh, sammeln. Doran-Gras. Oh, Doran ist wieder so ein Item aus LOL. Ne? Warum nicht? Warum nicht? Rennen überall Zombies rum, meine Herren. Ich müsste einen Drachen haben. Aber ich weiß nicht, wie das geht. So, da vorne ist mein Ziel. Was ist denn das? Sklaven? Wir müssen dem Jäger helfen. Das ist doch eine Jägerin. Hörst du wieder verdrückt. Das ist doch ein Dreck. So, der Zombie ist auch tot. Trifft gerade die Taste ums Verrecken nicht. Okay, habe ich mir da jetzt ein Skill weggelegt? Ah, nein. Ah. Ach, das sind Kombos. Uh, okay. Okay, wir können Kombos machen. Wir können Kombos machen. Und ich bin gerade in der Tastatur verrutscht. So. Alles klar. Langsam verstehe ich das Spiel. Langsam verstehe ich es. Jetzt haben wir ihm geholfen. Trefft den Jäger ein Hellmob. Okay. Ein süßes kleines Schnapper-Ratten-Tierchen. Ich würde niemals einen Drachen töten. Ich würde die Wände dann zähmen und mitnehmen. Ach, nö. Ey, Zombie, komm. Geh weg. Geh nach Hause. Na, abends, Zombie. Von dir kriege ich nur graue Haare. Das ist nicht gut für meinen Charisma. Ich kann ihn noch mehr sammeln. Jetzt geht es wieder los. Der Sammelfimmel. Hier wird alles gesammelt. Was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und wir kriegen sogar durch Sammeln Erfahrungen. Das ist ja auch natürlich richtig nice. So, wir sollen aber ins Dorf. Nein, Zombie, es geht weg. Ich hasse euch. Rennen wir halt mal ein bisschen. Oh, noch ein neuer Drache. Oh, ich will auch so ein Drachen. Gebt mir eure Drachen. So, wo ist jetzt der Jäger hin? Trefft den Jäger ein Hellmob. Sind das die Jäger? Ach, der Jäger. Ach, übrigens haben wir die andere Seite der Phyrus-Kluft noch nicht untersucht. Dieser Wald liegt versteckt und der Kerl, der den Skelett-Drachen beschwor. Oh, der war cool. Hält sich dort womöglich immer noch auf. Raptor van Drol. Könnte auch dort sein. Aber die Holzfäller, die dort leben, bereiten mir eigentlich größere Sorgen. Wieso? Dürfte ich euch darum bitten, den Holzfäller-Lager zu untersuchen. Die Holzfäller sollten noch am Leben sein. Und womöglich haben sie ein paar Informationen. Die Brücke ist zerstört. Ihr benötigt also einen Himmelsdrachen, um dorthin zu gelangen. Wir kriegen einen Drachen. Wie geil. Wir haben die Willen-Drachen in der Nähe von Hellmob gefüttert. Die grünen Himmelsdrachen sind schon ziemlich zahm. Ihr solltet demnach keine Probleme haben, einen zu zähmen. Hier ist ein Hilfsmittel, das euch beim Zähmen behilflich sein wird. Kommt zurück, wenn ihr einen Drachen habt. Wir kriegen einen Drachen, wir kriegen einen Drachen, einen Drachen. Oh, 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 wir kriegen einen Drachen, einen Drachen. Ich wollte immer einen Drachen haben. La, 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 la. Ich habe eine Resonanzkette. Neue Schuhe. So. Und, 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 wie macht man das jetzt? Drachen-Zähmung ist mal bitte hier vorne. Put, 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 Drachen, komm her. Wo sind die jetzt alle hin? Wir waren doch gerade eben noch 50. Das da ist mein Drache. Meiner. Hoffentlich verkackst du. Haha, Blub. Mal sehen, wie schwer das ist. Ähm, 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 wie macht man das? Ähm. Ach, wir müssen unsere Mitte da halten. Ach, hier, ah, 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 ach so. Boom! Ich bin ein Profi! Oh, ist der nicht schön? Oh, du bist so süß. Komm, ein Drachen, der kann fliegen. Jetzt kann ich durch die Welt fliegen. Und patrouillieren. Oh, das wollte ich schon immer haben. So, und ein neuer aktiver Skill. Okay. Aber wir hatten gerade noch irgendwas wegen dem Drachen. Äh. Wiss. Ich sehe, ach so, zerfetzen wurde, glaube ich gerade. Besser? So, drückt Escape. Amteil des Spielers. Okay, haben wir gemacht. Auf und Absteigen mit Tabulator. Alt F1 mit Drachen zu rufen. Drachenkommendium. Kreiszentrum. Okay, okay. Das haben wir schon alles jetzt gemacht. Jetzt will ich reiten. Aber ich will Meisterschaftspunkte. So, jetzt haben wir hier noch Wälze. Machen wir noch ein bisschen auf Fokus. Ein bisschen Stärke können wir auch mal hier brauchen. So. Jetzt haben wir auch einen Drachen. Meiner ist viel schöner als deiner. Kann ich, kann ich eine Skill etwa hier reintun? Ne, kann ich nicht. Schade. Muss wahrscheinlich noch spezielle Drachen-Skills geben. So, wir sollen über die Brücke fliegen. So, ein cooler Drache. Ey, das ist erst der Startdrache. Und ich finde den jetzt schon so süß. Jetzt habe ich mich verdrückt. Unfälle beim Zähmen? Habe ich mich da gerade richtig verlesen? Unfälle beim Zähmen? Oh Gott, das kann ja schief gehen manchmal bestimmt. Hoho. Da ist so eine 500 Kilo Drache auf die Schraube fällt. Hm, das könnte wehtun. Mein Drache ist viel süßer als deiner. Guck mal, ich habe einen Drachen. Den hast du nicht. Damit kann man viele Dinge machen. Wollen wir, mein Kleiner? Das sieht ein bisschen aus wie so ein Hypograf oder so, ne? Ach, der ist so süß. Ich mag den. Du bist das für einein. Du bist das für einig Amy. Du bist die Idee.